Niemand hat Nadja Abdel-Farag in jüngster Zeit so viel geholfen wie Andreas Ellermann. Warum stößt sie ihn andauernd vor den Kopf? Nadja Abdel-Farag. Um keine Ausrede verlegen. Er hilft ihr, sie flüchtet. Es klingt, als würde Nadja Abdel-Farag, 58, Katz und Maus mit Multimillionär Andreas Ellermann, 58, spielen. Der Ex-Freund von Patricia Blanco, 51, hat Nadel eine Wohnung besorgt, ihren Umzug organisiert und ihr einen Job angeboten, zu dem sie zweimal nicht erschien. Zuerst sollte sie 50 Bedürftige für Andreas Ellermanns Stiftung betreuen. Kurz vor Arbeitsbeginn wollte Ellermann Nadel persönlich abholen. Doch als er ankam, öffnete sie ihm nicht einmal die Tür. Grund? Rückenschmerzen. Kurz darauf bekam sie eine weitere Chance. Diesmal sollte sie der Stargast bei einem Barbecue sein. Ellermann quartierte sie zuvor in einem Luxushotel ein. Sodass sie sich dieses Mal nicht weigern konnte, mitzukommen. Doch als er sie von seinem Chauffeur abholen lassen wollte, lautete die ernüchternde Auskunft an der Rezeption. Frau Abdel-Farag hat vor einer Stunde ausgecheckt. Andreas Ellermann ist sehr enttäuscht von Nadel. Nach kurzer Funkstille begründete Nadel ihre Flucht erneut mit Rückenschmerzen. Andreas Ellermann ist genervt von ihr. Wir sind sehr enttäuscht, erklärt er, um anzufügen. Sie bekommt jetzt noch eine dritte, letzte Chance. Wenn sie mich dann wieder hängen lässt, ist es vorbei. Ob Nadel den Ernst der Lage nun endlich begreift?